Meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einem neuen Rocket League Part. Ich dachte mir, wir werden jetzt direkt in den Wettkampfmodus starten, denn der Rest hat einfach gar keinen Sinn. Das sind mir einfach zu viele... Loops! Unterwegs! Man merkt halt gerade, es gibt bei Rocket League gibt es jetzt mittlerweile... Ähm, beziehungsweise es gibt mittlerweile... Bei vielen Grafikkarten gibt es Rocket League als Downloadcode kostenfrei dazu. Also man kriegt dann Rocket League kostenfrei dazu, auf die Rechnung gedruckt, also den Code, oder per E-Mail geschickt. Und das merkt man einfach, weil so viele Kacknoobs das Spiel spielen, zur Zeit im 3 gegen 3, wo jeder spielen kann. Das ist ganz furchtbar, ohne Mist. Das ist ganz furchtbar. Also, klar, jeder hat mal angefangen bei Rocket League, natürlich, aber ihr kennt es ja auch selbst von anderen Games. Wenn ihr dann irgendwie gut seid und ihr spielt da mit Noobs zusammen, ihr könntet dann ausrasten. Übrigens, ich schieße nicht, ich brauche Büstchen. Alter, ich habe mich doch gar nicht eingespielt übrigens, das ist ganz furchtbar gerade. Das hätte ich vielleicht machen müssen. Uh, habe ich den getroffen? Oh Mann! So, der könnte reingehen. Na fast. Also nicht. Das war ja nix. Oh! Das ist der... Scheiße, der kann das. Fuck, Junge! Ich mit meinem Arschkopf da vorne. So, abgeblockt. Oh, nochmal gesaved, ey. Ohne Mist. Oh, oh, oh! Ach, verdammt! Das wäre zu einfach gewesen. Ach, Jungs! Euer Ernst? Äh! Ne, scheiße, zu spät. Viel zu spät. Das war mein Fehler. Den hätte ich vielleicht noch kriegen können. Ja, zu spät reagiert. Absolut, das war mein Fehler. Muss ich ehrlich zugeben. Aber passiert. Ich habe ja nie gesagt, dass ich der weltbeste Rocket League Spieler bin. Ich habe nur gesagt, dass ich gut bin. Aber nicht, dass ich der Beste bin. Ähm. Na, dein Ernst? Was hat er denn jetzt gemacht? Das will ich mir mal angucken, Digga. Was hast du da getan? Ah, ne, es war der andere. Ich frag mich halt, wie kann man denn da ein Veteran sein, wenn man bei sowas nicht reagiert? Äh. Ah, okay, er hat ihn. Ich brauche Boost. Was habe ich eigentlich für ein... Oh, ja, natürlich hast du den. Ich habe es gemerkt. Junge. Ah, scheiße. Oh! Ich bitte euch. Das war gut. Habt ihr es gesehen? Das war richtig gut. Da habe ich ihn richtig ausgetrickst. Da kam er nämlich und... Pick! Sehr nice. Ähm. Der schießt nicht, ne? Oh, das war klar, der schießt nicht. Oh, kacke. Das war klar. Das ist der Noob. Ähm. Mist! Zu spät! Schafft ihr den? Kriegt ihr den? Ja, kriegt er. Bei Rocket League ohne Scheiß. Das ist das eine der einzigen Spiele, das bei mir die Emotionen hochkochen lässt. COD und Rocket League. COD bin ich eher so der Flamer. Und bei... Huch! Bei Rocket League, ähm... Ja. Ähm. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich versuche den irgendwie noch zu catchen. Ich bin aber eine super harte Niete im Tor. Aber vielleicht brauchen wir das ja auch gar nicht. Fuck you, Digga. Das war ganz knapp. Ne. Ach, verdammt. Manchmal muss man halt abschätzen, ob man hinfährt oder ob man dann doch ein bisschen zurückbleibt. Und jetzt habe ich mich halt dafür entschieden, zurückzubleiben. Und das war nicht die beste Entscheidung. Wenn ich mich aufregen, könnte ich mich da... Ach, scheiße, jetzt fahren wir beide dran vorbei. Das war nix. Der geht auf jeden Fall für die rein. Huch! Knapp! Alter, was macht der denn? Ah, scheiße, ich brauche Pust. Oh, sehr guter Schuss! Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Optimal! So, kann es von mir erst gern weitergehen. Den habe ich. Ach, verdammt. Alter, Jungs! Ich bitte euch. Oh! Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Oh, sehr gut. Jetzt weg mit dem Scheißding. Oh, da hat er nicht gekriegt. Ach, scheiße. Komm, machen doch rein! Geht doch. Alter, dafür, dass wir... Ich glaube, 2-0 zurückgelegt haben. Wird es aber jetzt langsam. Geil. Ich brauche Pust. Ihr schießt. Ähm. Ach, scheiße. Oh, wow! Das ist so ein Vollpfosten, der Darksoap. So ein Spack. Der soll mal weniger rauchen und weniger Alkohol trinken und weniger an seinem Handy rumpimmeln und sich auf das Spiel konzentrieren. Der ist immer am Anfang AFK. Als ob der an sich rumspielt. Oh, guter Schuss, Digga. Ach, verdammt. Ah! Ja, verdammt! Wow, sehr gut. Der geht aber nicht rein. Oh, Mann! Oh, 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 oh! Verdammt! Fuck, jetzt hat er mir den Boost geklaut. Ich brauche Boost. Ich brauche sogar sehr viel Boost. Ach, Jungs, da kommt doch keiner ran. Ja, ja, ja! Oh, mein Gott! Nice! Alter! Ich raste aus. Äh. Okay, er hat ihn. Hoffentlich. Sind nur noch ein paar... Meine Fresse! Was ist das für ein Spack? Das ist ein Affe! Ich verstehe den Typen nicht. Der ist... Der ist... Der ist... Wenn der da ist, ist der gar nicht so schlecht. Aber wenn er... Der macht halt irgendwie am Anfang erstmal nichts. Das ist halt ganz furchtbar. Hat er überhaupt ein Tor geschossen? Nö. Verdammt! Verdammt! So, ich brauche Boost. Gib mir den Boost. Ich würde das gerne gewinnen. Ohne Mist. Leck mich doch am Zückerli. Nee. Nee. Nix da. Ähm... Nee. Huh! Ich muss hier weg. Alter! Ich raste aus. Das war auch schon wieder so knapp gerade. Fuck you, Digga. So, nur, dass der Gegner das Boost-Zeug nicht kriegt? Ich würd gern gewinnen. Ich hab doch nur noch ein Ding auf dem Konto. Äh, da. Mist. Viel zu kacke. Ich stehe zu zweit im Tor. Die stehen zu zweit im Tor. Zu zweit. Und kriegen den Ball nicht. Ich raste. Wirklich aus. Also, das sind Momente, da könnte ich, da würde ich meinen Controller am liebsten gegen die Wand klatschen. Jetzt mal ehrlich. Alter. Äh. Nee. Das sind Momente, da würde ich ausrasten am liebsten. Okay. Egal. Im nächsten Part geht's noch mal weiter. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und was ist denn hier mit dem scheiß Kabel? So, jetzt. Okay. Also, bis denn. Haut rein und vielen Dank fürs Zusehen.